Im Norden Myanmar hat die Luftwaffe eine weitgehend verlassene Kleinstadt, Tant Lang, bombardiert. Gut 160 Gebäude, darunter zwei Kirchen, brannten aus. In der Region leben mehrere ethnische Minderheiten mit einem starken Anteil Christen. In Myanmar hatte das Militär am 1. Februar die Macht ergriffen. Proteste gegen die Militärmachthaber werden niedergeschlagen.